Ich bin Christoph Boudin aus Finnstedt. Wir sind hier in Masendorf auf dem Schlag-Wulfsgehege von unserer GbR Rittergut Masendorf, die wir zusammen bewirtschaften mit unserem Partnerbetrieb Aki Simon-Heinzleben aus Fahndorf. Hier bringt Bäumer gerade Agralie aus mit 2 x 7,50 Meter Tiger. Dahinter kommt unser Fenn 1050 mit einem 6,20 Meter Vektor, der dann noch mal 10 Zentimeter tiefer das Saatbett für die Zuckerrübe vorbereitet. Sollte Sollte Hinter mir fährt gerade von Bollma der Cereon mit dem Porsche Tiger vorbei, die bringen hier anderthalb Tonnen Agralie aus. Agralie ist ein Kalidünger im Schwerpunkt mit etwas Schwefel und etwas Stickstoff. Insgesamt sieht man dann im Hintergrund, auf der anderen Seite bringen wir parallel über die Firma Jäger abgepresstes Gärsubstrat aus. Da bin ich. Das ist ein Kalidота. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Gärsubstrat deckt im Schwerpunkt unseren Phosphorbedarf zur Zuckerrübe. Und durch unsere Stickstoff- und überhaupt Nährstoffanalyse, die wir vorher am Computer gemacht haben, haben wir durch den Mix aus Agralie und den Substrat von der Biogasanlage den perfekten Nährstoffmix und decken damit NPK für unsere Zuckerrüben ab. Moin, mein Name ist Thilo Jäger. Ich leite das Agrarservice FIBO GmbH aus Bommelsen. Und wir sind hier heute mal am Miststreuen mit unserer einen Kolonne. Ich leite das Agrarservice FIBO GmbH aus Bommelsen. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.